Wie ist das mit dem Geldverdienen? Jeder von uns verdient wahrscheinlich Geld. Ich sage wahrscheinlich, weil es gibt ja auch Leute, die müssen kein Geld verdienen. Die bekommen das Geld irgendwo her, ohne dass sie dafür gearbeitet haben oder sie haben Häuser mit Mieteinnahmen oder was auch immer sonst da ist. Aber in der Regel verdient ein Mensch Geld, zumindest für eine gewisse Zeit in seinem Leben. Und hier geht es ganz speziell um das Thema die Ethik des Geldverdienens. Und Geldverdienen bedeutet, ich arbeite für das, was ich dann an Geld bekomme. Das heißt, ich habe einen Stundenlohn, das dürften die meisten Menschen haben. Der liegt dann bei 10 Euro, demnächst dann bei 12 Euro Mindeststundenlohn oder bei 100 Euro oder 150 Euro. Manche Leute verdienen auch pro Stunde 500 Euro und ganz extrem und eher selten 1000 Euro und all diese Möglichkeiten. Und hier geht es darum, was ist ein gerechtes und damit ausgeglichenes Geldverdienen im Sinne einer Ethik des Geldverdienens. Ich will mich jetzt gar nicht einlassen auf das Thema, dass man auch ohne Arbeit Geld verdienen kann, dass sich Geld praktisch von selbst vermehrt. Stichwort eben diese Mieteinnahmen oder sonst was. Oder etwas wächst einfach auch, weil du, was weiß ich, tausend Goldsäcke hast und die wachsen einfach, weil das Gold zur Zeit total ansteigt und all diese Möglichkeiten. Nein, ich meine tatsächlich, du tust etwas für deine Arbeit und dafür bekommst du Geld. Und speziell geht es auch gar nicht darum, zu sagen, was ist so ein gerechter Lohn? Also in dem Sinne, wie kämpfe ich für meinen Lohn? Wie fordere ich selber Lohnerhöhung und all das? Sondern es geht um den Inhalt der Ethik. Was ist angemessen in dem Sinne, wo man ein gutes Gewissen haben kann? Und sagt, okay, wenn ich dem das zahle für die Stunde, dann ist es angemessen für die Arbeit dieser Person im Sinne, dass sie nicht nur überleben kann oder dass sie das Notwendigste, aber Minimalste hat, was sie braucht, um zu leben für diesen Stundenlohn, sondern was entspricht ihrer Arbeit? Und was ist in dem Sinne tatsächlich eine Gerechtigkeit? Es gibt viele Bereiche im Leben, dieser Bereich ist ja das, was ich hier auch immer wieder beschreibe in diesen Audios, zum Beispiel Coaching. Gute Coaches verdienen durchaus eine Menge Geld. Und die Frage ist, ist diese Menge Geld angemessen für das, was sie tatsächlich tun, im ethischen Sinne? Das heißt, wenn ich eine Beratung habe und ich habe vielleicht eine Methodik der systemischen Therapie, das ist etwas, was im Coaching sehr verbreitet ist, Methodiken, wie sie in der systemischen Therapie beschrieben sind, und dann verlange ich dafür tatsächlich, wenn ich Schlips und Anzug an habe und all die Möglichkeiten und eben einen guten Namen habe und eine gute Referenz habe, eine gute Reputation habe, dann verdiene ich tatsächlich in einer Stunde durchaus mehrere hundert Euro. Die Frage ist, ist so etwas gerecht? Weil diese Preise sind natürlich in dem Sinne fiktiv oder sie sind geradezu ideal oder idealistisch als Möglichkeit. Und die Frage ist, im Vergleich zu den üblichen Löhnen, die es gibt oder zu dem üblichen Geld, das Menschen verdienen, sind sie natürlich in einer ganz anderen Dimension geradezu, also geltlichen, quantitativen Dimensionen. Ist es gerecht, wenn ich in einer Stunde dann 500 Euro verdiene, 800 Euro verdiene oder auch nur 200 Euro verdiene gegenüber dem Menschen, der meinetwegen Psychotherapie betreibt und in diesem Betriebnis der Psychotherapie tatsächlich nur jetzt von Kostenträgern, die das Zahlen bei ihrer Klientel 40, 50, 60, vielleicht 80 Euro per 50 Minuten bekommt? Ist das angemessen für die Arbeit, für das Engagement, für den Einsatz, für die Leidenschaft, für das Wissen, das Know-how, die Weisheit, alles das, was dich ausmacht als Person, die diese Arbeit anbietet? Darum geht es hier. Ist es also angemessen, sich vielleicht so abgehoben zu haben, als Coach, ich spreche jetzt nicht von Psychotherapie, sondern als psychologische Beratung oder überhaupt auch als Beratertätigkeit zu sagen, ich bin so wichtig oder ich bin so besonders und ich bin so groß, dass ich tatsächlich fast jedes Geld verlangen kann dafür. Das ist die Frage, die sich stellt. Und darüber muss sich auch jeder selbst im Klaren werden. Also vertraglich ist das so, dass ein Honorar immer frei vereinbar ist. Insofern kann ich verlangen, was ich will, wenn man gegenüber dieses Honorar dann auch wirklich bezahlt. Die Frage ist, ist das gut? Färbt das ab? Ist das so abgehoben, dass es sagt, was sehr, 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 sehr teuer ist als Produkt und damit als Dienstleistung? Das hat eben auch einen ganz besonderen Stellenwert oder das suggeriert diesen besonderen Stellenwert, diesen maximalen Stellenwert, weil es ist sehr viel Geld. Und da gibt es natürlich dann eine Klientel, die dieses viele Geld, meinetwegen Firmen, Systeme, Organisationen, die dieses viele Geld auch zahlen kann. Das ist für die kein Problem, das zu zahlen. Aber dann gehen vielleicht diejenigen leer aus, die genauso gute Arbeit leisten, aber nicht diese Reputation haben, also dieses künstliche Hochgespieltsein haben, diesen Namen haben, diesen Label haben und eben wesentlich weniger Geld verdienen bei zumindest gleichrangiger Qualität ihrer Angebote oder ihrer Arbeit. Darum geht es. Das ist der entscheidende Punkt dieser Ethikansprache beim Geldverdienen. Wenn wir Beispiele nehmen aus ganz anderen Bereichen, was ist es, wenn ich als Künstler etabliert bin, als Künstlerin, dann kann es sein, dass ich sehr hohe Preise erlange für die Bilder. Auch da ist die Reputation, da ist das, wie komme ich rein, wie etabliere ich mich als Künstler, etwas sehr Wichtiges. Da kann ich Glück haben, da kann ich Pech haben, da kann ich den richtigen Zeitpunkt erwischt haben mit den richtigen Menschen, die mich sponsoren, die mich weitergeben, die Ausstellungen machen und all das, was dazugehört und dann bin ich sehr berühmt und verdiene auch relativ viel Geld. Auch hier ist die Frage, der Ethik ist es angemessen, dass jemand, der relativ, sagen wir mal, zehn Stunden Arbeit in einem Kunstwerk gegeben hat, dann für das Kunstwerk 30, 40, 50.000 oder auch eine 10.000 Euro bekommt im Vergleich zu dem, was so üblicherweise Stundenlöhne sind. Da fällt mir ein an dieser Stelle, es gab mal so einen Kongress auch, der einmal im Jahr stattgefunden hat, eher so etwas Esoterisches und dann war so auch die Frage, wie ist das mit dem Geldverdienen als jetzt Geistheiler, also wenn du geistheilerische Fähigkeiten hast, also in dem Sinne so ein energetisches Heilen, Hand auflegen und so weiter oder wenn du eben deine Arbeit machst und dann hieß es, weil es war auch in der Schweiz sehr interessant, ja, es sollte ein angemessener Lohn sein, Stundenlohn sein, so wie ihn auch ein Handwerker eben bekommt. Und das liegt dann so oder lag oder liegt so um die 80 Euro, 100 Euro. Handwerkerlöhne sind ja sehr im Steigen begriffen, weil keiner mehr Handwerk machen will. Keiner will wirklich Handwerk machen, also mit der Hand arbeiten und Rohre installieren und Baustellen bedienen und all das. Auch da spielt natürlich die Ethik eine große Rolle. Insofern ist das, was Menschen nicht mehr tun wollen, hoch angesehen oder wird ganz gut bezahlt oder doch wesentlich besser bezahlt als manch andere Dinge in der Hinsicht. Also wie findet das Geldverdienen durch Arbeit ein ausgeglichenes Maß? Das ist ja die Frage, die sich hinter all diesen Dingen verbirgt, die ich hier anspreche. Welches Maß ist es? Was ist das gerechte Maß, sodass es nicht übertrieben ist und eben auch so abgehoben, dass es sich vollkommen loslöst von dem, was üblich ist, beziehungsweise auf der anderen Seite, was ist das Übliche und was ist das, was in dem Sinne üblich ist und davon sehr viele Menschen partizipieren können. Das heißt also, wenn wir hier übliche Preise haben, Stundenpreise von 100 Euro um die 100 Euro, um jetzt mal im Beratungsgefilde zu sein oder auch im Psychotherapiegefilde zu sein, dann ist es durchaus etwas Angemessenes und Übliches. Da kommt ja hinein, wie bin ich ausgebildet, wie bilde ich mich weiter, das sind ja alles Kostenfaktoren, die eine Rolle spielen, Räume, die ich anbiete und all das. Aber wenn das eher in einem Maße wäre, das angemessen ist, in dem Sinne plus minus 100 Euro die Stunde für diese Art von Arbeit, dann können eben sehr viele Menschen davon partizipieren. Also viele Anbieterinnen und viele Anbieter ihr Geld haben und nicht dazu eben tatsächlich, ich sage es mal in Anführungszeichen oder ein bisschen ironisch, auch verdammt sind, dass ihre Arbeit für sehr wenig Geld anzubieten. Wir erleben das durchaus, dass in der psychologischen Beratung und in der Psychotherapie Stundensätze von 30, 40 Euro üblich sind und auch oft verdient werden oder vielleicht sogar noch weniger, wenn wir dann Bildungsarbeit hinzurechnen. Ein großer Teil der Arbeit besteht ja auch in der Informationsvermittlung und damit in der Unterrichtung oder in der Lehre. Und dann liegen wir so bei 30, 30, 30, 40 Euro manchmal auch darunter. Und auch die Frage ist hier, ist das gerecht oder ist das für den Aufwand eher nicht gerecht? Wie kann man das verteilen? Und natürlich wirst du dir jetzt denken, was will der eigentlich? Das ist eine Frage von Angebot und Nachfrage, von Nachfrage und Angebot. Was wir zurzeit erleben in der Psychotherapie und damit auch in der psychologischen Beratung und allen Randbereichen oder auch esoterischen oder ganzheitlichen Bereichen, wie sie sich auch immer nennen mögen, ist, dass wir sehen, oh, die Menschen haben ein großes Bedürfnis danach, auf die Art und Weise begleitet zu werden, entweder persönlich oder in Gruppen, Zusammenkünften und so weiter. Und da die Frage ist, wie bereit sind Menschen, Geld dafür zu zahlen und in welchem Rahmen? Was ist ihnen das Wert? Das Seelische, das Geistige, das Mentale, das Kommunikative, die Informationsvermittlung. Das ist so eine entscheidende Frage in diesem Zusammenhang. Was ist das Wert im Vergleich zu materiellen Dingen oder zu anderen Dienstleistungen? Handwerk hatte ich ja schon als Beispiel genannt. Oder um in einen ganz anderen Bereich hineinzugehen, wie ist das mit der Ethik einer Bankmanagerin, eines Bankmanagers, vielleicht eines Fondsmanagers, vielleicht Menschen, die an der Börse arbeiten, vielleicht Menschen, die überhaupt nur Algorithmen für ihre Arbeit laufen lassen, die es also verstehen, sich eben in der Informationstechnologie so zu bedienen oder so firm zu sein, dass sie sagen, ich verdiene mein Geld mit Geld spekulieren. Ich verdiene mein Geld dadurch, dass ich mir Geld aufnehme und leihe, und zwar nur sehr kurzfristig leihe und dafür eben eine Börsenspekulation mache im weitesten Sinne. Also Aktien spekuliere und all das. Also vom An- und Verkauf lebe, vom schnellen An- und Verkauf lebe. Und das tue ich gar nicht persönlich. Man denkt dann immer wieder, die Leute sitzen vorm Kasten und beobachten das fiebernd und greifen dann ein, irgendwo an der richtigen Stelle. Nein, das läuft ja heutzutage tatsächlich in einem Algorithmus. Das, was wir erleben in der Informationstechnologie und damit in der Digitalisierung, ist ja die Automatisierung auch des Geldverdienens. Und da stellt sich natürlich ganz krass die Frage der Ethik und der Moral und des Anstandes der Möglichkeiten zu sagen, naja, du hier, ich bin einfach Geldverdiener. Ich verdiene sehr schnell und sehr raffiniert, aber nicht unbedingt unter der persönlichen Beteiligung, sondern nur in dem, wie ich schnell dahin komme, dass es möglichst schmerzlos, ohne großen Arbeitsaufwand passiert, viel Geld zu verdienen. Und das ist durchaus verbreitet, wenn auch nicht in der Masse verbreitet, sonst würde es natürlich nicht mehr funktionieren. Also dieses berühmte, ich hebe mich ab von den anderen und ich tue etwas ganz Besonderes, weil mein Wille ist sehr stark, Geld zu verdienen. Und ich möchte das fast um jeden Preis, auf jeden Fall. Und dann kann dir das auch gelingen. Relativ flott und schnell mit allem Einsatz, der möglich ist. Stichwort Bitcoins. Die Bitcoins sind ja so ein Beispiel für einen Hype, eben auch in der Digitalisierung mit allem Drum und Dran, was dazugehört, wo Menschen tatsächlich innerhalb von kürzesten Zeiten unheimlich viel Geld automatisierend, algorithmisch verdient haben, weil sie einfach an der Digitalisierung teilnehmen. Also auch das ist ein interessantes Thema. Und natürlich wissen wir oder erkennen jetzt in diesem Zusammenhang, Geld verdienen ist etwas sehr Spekulatives auch. Und es geht hier im Kern um das Spekulative, um das eben so Abgehobene und so Besondere, eben auch Vollautomatisierte oder Automatisierte. Und damit um die Ethik bin, ist das ethisch? Kann man das vertreten, dass ein Mensch so viel Geld verdient hat? Oder jemand, der ein Erbe macht. Und Erben sind ja heutzutage sehr verbreitet. Auch das ist eine ethische Herausforderung. Und damit letztendlich auch für einen Staat, für ein Finanzsystem eine Herausforderung zu sagen, wie besteuern wir die und wo lassen wir die Finger davon bei der Steuererhebung. Auch eine Frage der Ethik. Also Menschen, die etwas angelegt haben, deren Immobilien jedes Jahr um 10% steigen, um 5% steigen, was auch immer das ist, und das Geld quasi vor sich hin arbeitet oder die Vermögenswerte selbst sich generieren, regenerieren und Gewinn schaffen, ist das ethisch, dass ich mich dann zurückruhen kann, zurücklegen kann und vielleicht eine super Yacht habe und all die Möglichkeiten, die sich dann ergeben, weil ich schlichtweg viel Geld habe. Eine ganz andere Frage ist, ob die Menschen glücklich sind, aber darum geht es ja gar nicht. Sondern es geht schlichtweg darum, das Geld zu verdienen. Was ist angemessenes Geld verdienen? Also ich kann von mir immer wieder sagen, ja, das, was ich an Geld verdient habe, das ist angemessen gewesen. Auch wenn es da Klientel gab, die einfach viel Geld hat und ich kann das frei aushandeln mit denen, die Preise, dass die dann mal auch sehr viel Geld dafür bezahlt haben. Aber das hat sich wiederum ethisch dadurch ausgeglichen, dass es eine ganze Menge Menschen gibt, die nicht so viel Geld haben, die aber trotzdem natürlich etwas persönlich zahlen und eben dann nur, was weiß ich, für 50 Minuten Beratung 10 Euro zahlen oder von mir aus mir irgendwas geben, was ich jetzt gerade gebrauchen kann. Nicht an Dienstleistungen, aber an Objekten. In der Hinsicht hat das einen Ausgleich gefunden. Ich will damit sagen, bei mir wird keiner abgewiesen, wenn er nicht das Geld hat, was ich mir vorgestellt habe, zu bekommen für die Dienstleistungen, die ich mache, sondern das gleicht sich immer wieder aus. Also Menschen, die viel Geld haben, zahlen viel Geld oder spenden auch von mir aus mehr Geld als das Übliche und die anderen eben weniger. Also das findet dann immer wieder seinen Ausgleich. Das möchte ich damit sagen. Wie ist das bei dir mit deinem Geldverdienen? Wie verdienst du Geld? An der Kasse bei Aldi oder in deiner Praxis oder in der Beratung oder als Managerin oder als Lehrerin oder was immer du bist in der Frage. Und natürlich können wir jetzt auch in dem Zusammenhang nicht sagen, gibt es nur eine Einheit, wo man sagt, es gibt nur noch drei Kategorien von Geldverdienen, wenn wir das auf die Stundenarbeit beziehen, auf eine Lohnarbeit beziehen, können wir sagen, das fängt vielleicht bei 20 Euro an und es endet dann bei 150 Euro oder 200 Euro und mehr gibt es nicht. Alles drüber und drunter ist ungerecht und wird eben dadurch wieder relativiert durch Mindestlöhne und Mindestanforderungen beziehungsweise oben wird es dann ganz krass besteuert. Es wäre eine Möglichkeit für ein Staatssystem, das so zu machen. Darum geht es aber nicht. Das sind sicherlich Gedanken, die man aber nicht außen vor lassen kann, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt. Und vielleicht zum Schluss, es gibt Menschen, die verdienen, wie gesagt, sehr viel Geld und die verraten nicht, wie sie das Geld verdient haben, weil das könnte ja der Nächste dann auch machen, wenn er diese Kniffe sieht oder diese Möglichkeiten sieht, wie die Geld verdient haben, dass sie sich dann auch ans Werk machen und sagen, das gucke ich dem einfach ab. Oder es gibt ja eine Menge Leute hier auf diesem Kanal, auf YouTube auch, die dann sagen, ich zeige dir das mal in drei, vier, fünf Fortsetzungen. Dafür zahlst du dann eine Gebühr, also 200, 300 Euro oder was auch immer, als Seminar quasi und damit verdienen die dann ihr Geld. Wie du aber viel Geld verdienen kannst. Da sind ja viele Leute unterwegs. Und da sind wir eben auch bei der eventuellen Einseitigkeit des nur Geldverdienens. Ein Mensch, der nur darauf Wert legt, viel Geld vielleicht in relativ kurzer Zeit zu verdienen und sich aber um das nicht schert, wie er das Geld verdient hat, ob er es mit Drogendealereien verdient hat, die jetzt so halb legal sind, was das Thema Cannabis, Hanf anbelangt. Ich hatte gerade gestern wieder so eine kurze Diskussion mit jemandem, der dann ein Hanffeld besuchte irgendwo und sich schon vorbereitet auf die Hanfzeit, wenn Haschisch freigegeben ist und all das. Und da geht es ja nur darum, letztendlich Geld zu verdienen. Auch der Staat verdient Geld, indem er dann Steuern einnimmt und nochmal Steuerquellen hat und nochmal Steuerquellen generiert. Und da haben wir ja zahllose Beispiele auch, wo man sich oft fragt, war das denn notwendig in der Form, dass man das eben wirtschaftlich so in dieser Vielfalt, in diesen vielen Diversitäten, die geschaffen werden, schafft, auch im ethischen Sinne oder auch im gemeinsamen Sinne oder ist das eigentlich nur eine Geldquelle gewesen? Geht es hier nur um Geldquellen? Nicht, also auch um das Thema Ethik anzusprechen, wenn wir gerade beim Staat sind, Zigaretten sind sehr teuer und sie werden immer teurer. Das heißt, sie werden vor allem steuerlich verteuert, damit der Staat Steuergelder einnehmen kann. Aber er verdient natürlich mit diesen Steuergeldern an etwas sehr Schädlichem, an etwas geradezu Verwerflichem, weil Rauchen einfach wirklich schädigt. Egal, wie rum ich es sehe, ob ich das mit einer Dampfinhalation mache oder klassischerweise mit einer brennenden Zigarette oder Zigarre mache in der Form. Auch das ist ethisch sehr bemerkenswert, das zu sehen. Um es nochmal zu sagen, Menschen oder Gruppen von Menschen, die einseitige Perspektiven darauf legen, zu sagen, ich will nur Geld verdienen, alles andere interessiert mich nicht. Das ist praktisch schon das Einzige, was ich in meinem Berufsleben habe und meinen Tätigkeiten habe. Ich möchte Geld verdienen. Wenn ich nur einseitig darauf gerichtet bin, dann vergesse ich doch die ganz anderen Aspekte im Leben. Dann vergesse ich den Aspekt, dass ich auch glücklich sein kann, wenn ich überhaupt kein Geld habe, überhaupt keine Einkunft habe, überhaupt keine Grundsicherung habe, sondern vielleicht bettelnd an der Straße stehe oder einfach weiß, ich laufe durch Bekannte durch oder laufe durch die Welt und kriege immer das, was ich brauche. Es gibt ja Vlogger, die unterwegs sind, die sich dadurch auszeichnen, dass sie mit der Kamera unterwegs sind und gucken, wie sie in Moskau, in Paris, in New York oder sonst wie on the way einfach überleben, indem sie Lebensmittel bekommen, Zuwendungen, Übernachtungen bekommen und all das und damit demonstrieren. Ich kann ja wirklich mich durchs Leben schlagen, gar nicht schlagen, sondern durchs Leben gehen und ich überlebe hier und das ist gut und ich habe Lebensqualität. Das heißt also, dieser Aspekt, was gibt es noch außer Lebensqualität des Geldes oder der sogenannten Lebensqualität des Geldes? Ist Geld alles? Oder gibt es da noch was anderes? Also ich habe es zum Beispiel bei mir auch so gehabt, ich war mal an der Schule tätig und da habe ich von vornherein gar nicht gefragt oder auch, ich glaube, zwei Schulen waren es sogar nicht gefragt, was ich da als Stundenlohn bekomme. Mir hat einfach die Arbeit Spaß gemacht. Ich fand es toll, dass ich engagiert werde und dass die mich wollen und habe ein entsprechendes Verhältnis auch zu meinen Seminargruppen gehabt, zu den Schülern. Es hat einfach Freude gemacht, da zu sein und dann habe ich natürlich mein Geld überwiesen bekommen, aber ich habe es nicht nachgezählt. Ich habe nicht akribisch darauf geguckt oder überhaupt nicht darauf geguckt, wie viel das denn sind pro Stunde. Es wird schon angemessen sein, denke ich mir heute im Nachhinein. Ich habe also mich nicht gegrämt oder gegrübelt, darüber ist das gerecht und wie könnte ich den Lohn noch mehr hochtreiben und noch weiter verhandeln und noch mal höher und all das. Und da gibt es ja eine Menge Leute, sondern ich war glücklich mit dem, es hat bei mir auch immer gereicht, vom Geldverdienen her, was ich brauchte für mein Leben, den Lebensunterhalt oder den Unterhalt einer Familie oder den Beitrag zum Unterhalt der Familie und all dem, es hat nie gemangelt an etwas. Ich habe Zeiten gehabt, da habe ich relativ wenig Geld gehabt und mit dem kam ich genauso lebensqualitätssichernd klar wie in Zeiten, wo es viel Geld gab. Weil vielleicht eine Millionärin da war als Beziehungspartnerin und da hat man viel Geld ausgegeben. Das war eher vielleicht eine unangenehme Erfahrung, weil ich dachte, Gott, das ganze Anhäufen von irgendetwas und dann noch etwas kaufen, das sogar doppelt kaufen, weil es so gut aussieht und so weiter. Das ist so irgendwie verwerflich, also ethisch verwerflich. Da hatte ich ein schlechtes Gewissen auch immer wieder. Aber Geld kommt und geht. Du kannst natürlich relativ viel Geld verdienen, wenn du es darauf anlegst. Das wird aber deine Kraft und deine Energie sehr in Anspruch nehmen und dann kommen eben die tatsächlichen Qualitäten des Lebens. Und darum geht es ja hier immer wieder auf diesem Kanal zu kurz. Und dann bist du nur noch auf das Geld fixiert und entsprechend ist die Atmosphäre, ist die Ausstrahlung dieser Menschen, die eben da etwas Einseitiges geschaffen haben. Das ist der Grund, warum der Nimbus von vielen reichen Menschen eher negativ belastet ist bei denjenigen, die wissen, dass sie reich sind. Und denken, ja, das ist ja vielleicht nicht so proportional zu dem, was sie eigentlich leisten können an Arbeit, an Engagement im Leben. Und dann ist auf der anderen Seite das Modell tatsächlich der Spenden etwas Interessantes auch zu sagen, so ich mache hier spirituelle Arbeit oder ich mache philosophische Arbeit und ich formiere meine Gruppen, meine Fortbildungsgruppen, meine Zusammenkünfte, die für Menschen so wichtig sind, der Austausch und alles, was dazugehört. Also auch inklusive psychotherapeutischer Elemente. Aber es läuft nur noch auf Spendenbasis. Jeder kann das geben, was er will. Und dann sehen die Leute, naja, der muss natürlich leben können. Der muss irgendwie für diese Arbeit, für dieses Engagement, das er da hat, auch Geld verdienen, angemessener Weise. Dann spenden Leute relativ großzügig und es gibt andere, die dann vielleicht nicht spenden. Es ist niemand gezwungen zu spenden, sondern eingeladen. Und das ist ja auch ein Modell, das sehr verbreitet ist. Und das sind wir natürlich auch bei dem Thema Ethik des Geldverdienens. Also sich darüber Gedanken zu machen, dann und wann und immer wieder mit diesen zahllosen Audios, die ich hier habe, mittlerweile auch, beziehungsweise sie sind natürlich nicht zahllos, sondern sie sind so bei, ich glaube jetzt 2400 oder so, 2400 Audios circa immerhin, die sich ja mit unterschiedlichen Themen beschäftigen. All around oder about Mensch, kann man sagen, oder den Themen, die uns als Menschen interessieren und die uns berühren. Und das ist natürlich interessant. Und hier auch da diese Ethik des Geldverdienens. Was brauche ich? Was will ich? Lege ich zu viel Wert auf das Geldverdienen? Nur das Geldverdienen, das viel reinkommt, knausere ich, spare ich? Ja, in dem Zusammenhang. Es gibt auch Menschen, die häufen immer nur an, die sparen, versuchen zu sparen. Und auf der anderen Seite gibt es Menschen, die Schulden machen, es ist denen egal, wie viele Schulden sie gemacht haben. Auch das gehört ja zum ethischen Bereich dazu. Sondern ich habe es gerne mit diesem, um das wirklich jetzt zum Schluss zu sagen, mit diesem Ausdruck, Geld kommt und Geld geht. Du gibst Geld aus, du gibst Geld, du schenkst jemandem auch Geld oder verleihst es von mir aus, egal, und du nimmst Geld ein. Wenn du das Geld fließen lässt, das ist für mich ein wichtiger Grundsatz. und damit ein ethischer Grundsatz. Dann arbeitet das Geld. Also Geld ist nicht dafür da, dass es einseitig wächst, von alleine, quasi über Nacht, algorithmisch. Also automatisch, Achtung, automatisch, das ist ja das, was heute auch ganz oft ist. Sondern Geld kommt und geht. Du hast Geld und du gibst Geld. Du hast Geld und du gibst Geld. Und das ist der Fluss des Lebens. Das ist der Fluss der Energie, jeglicher Energie. Die Dinge kommen und gehen. Die Dinge verändern sich. Sie wandeln sich. Sie sind immer wieder anders und genauso ist es mit dem Geld. Und sich damit nicht einseitig zu belasten, zum Beispiel in der ständigen, permanenten Forderung und damit über Forderung, ich will mehr Geld, ich will dieses Geld und ich lege darauf Wert. Und das ist knausrig in dem Sinne, belastet dich und deine Seele enorm, wie auch so, ja, ist mir egal, andere Leute können für mich zahlen oder der Staat kommt für mich auf. Auch das ist ja ein ethisches Thema in dem Zusammenhang, sondern da einen vernünftigen, ausgeglichenen Weg zu finden. Es ist eigentlich immer Geld da und es wird auch Geld da sein und die Lebensqualität und vor allem die anderen Inhalte, außer Geld, außer der monetären Bestimmung von allem Möglichen, spielt eine ganz wesentliche Rolle und das befreit uns als Menschen. Das ist so meine Auffassung dazu. Wenn wir einseitig den Wert drauflegen, dann ist das ja möglicherweise auch ethisch verwerflich.